Mein Armackenstockstich, mein Händstich. Immer die andere Sachen, ich habe extra in der Kamera so hingestellt. Danke da, Junge. Ganz angenehm. Also, ausweichen, sperren, hier rein. Ausweichen, handfassen, da ist der Ellenbogen, Ellenbogen sichern, überholen und Druck. Das ist die Basis, also die könnt ihr machen. So, aber jetzt passiert mal ganz komisches. Machen wir noch von der anderen Seite diesmal. Alles mal so liegen, in den vollen Feuer rollen lassen. Aber wenn der Heck geht, dann tut ich nichts. Und weicht zur falschen Seite aus, dann geht die hier rein. Uff, wo ist er? Also, hektik. Polische Seite, oh, schlimm. Stopp fassen, ziehen, hier drunter, erhöhen, sagt er abbein. Ach so. Ich kann die hier nochmal blau durchmachen wollen.